moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge des fifa 14 pack openings ja ich sehe schon jetzt im hintergrund das team der woche in der woche 29 also ich finde es richtig haben alles richtig geil der spiel und marco reuss natürlich hier die stars die costa oder drin und naldo der richtig geiles talk schossen deswegen ist aber schlecht drin und ist jetzt 160.000 bündchen wie komme ich ja die 160.000 bündchen ja das wird sich ein anderer und euch sicher fragen mein bruder hat aufgehört fifa zu zocken und hat mir sein ganzen ganzen verein verkaufe die ganzen spieler und so weiter und ja jetzt ein bisschen ja und ich werde jetzt diese folge 77 normale normale premium gold ein bisschen krank ich hoffe das stört nicht und hier auch fangen wir waren mir hat jemand gesagt dass wenn der chinese drauf ist dass die beste entweder ist der krieg die scheiße ist oder richtig geil ist jetzt mal interessant wer ist mir die raden da also schlecht ist es nicht der co wieder guckt drauf die schlechte heute ist der respekt die leber weil er wird was das für Modifikation ist interessiert mich jetzt mal so vielleicht und der Modell kann man verkaufen die Sitzel ist so das kann in die tolle jetzt noch 6 Packs ich hoffe ich richtig mit 6 Packs Alaba drauf vielleicht auch Alaba dritt das war lustig so ist ein Bayern Spieler verschwollt sich gut bei der Spiel so Bundesliga halt noch nett oder weiß ich nicht so war aber es ist da stelle hallo erhält Blasch hier hallo oh man ist hier voll für die Tonne was war das wir sehen uns gleich in einem Cut wieder wenn ich wieder wie angemeldet hab ne bis sie gleich und so dass immer wieder nach einer kurzen Unterbrechung ja wie war die hier stehen geblieben bei den Objekten alles abstoß das war aber echt tolle Karten Mensch 75er ist eh die Besten Besten der Besten so wieder auf dem Shop Gold Setz ja die Chinese drauf drittes Set für heute drittes Set war erst drin Chinese drauf Chinese drin oh man Adebayor rareplayer vier Spieler ganz ok also der Hammer war heute noch nicht drin ne wie ehrlich bin der Hoops Stevens ja mei gibt's irgendeinen guten alles für die Tonne so jetzt das vierte Pack oder schon wieder Chinese drauf nach dem nächsten Pack mache ich auf wenn Messi drauf ist wer ist also da ist Chinese drauf auf Butter drehen Agatha nur 43 Tempo und es ist aber eigentlich scheiß Pack gewesen wieder ja ja so wie sie haben wir schon vier texte müsste es für die 6 und 7 noch kommt nächstes messi drauf da und ich mache meine augen zu gleich zu und schön wartet ich höre hintergrundgeräusch fertig vielleicht mal gucken und du lieben wir all der sie spieler sind es bitte alter das sind aber also das pack ist für dich ganz 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 cool eigentlich 1 2 3 4 5 6 7 hätte so viel abschlusspreis bekommt noch mal mit vielleicht ist er was wird diese nix wird das war pack nummer 5 wenn ich nicht alles täuscht ja ja aber noch mal wer sieht es war ich gerade lustig dass er so viele trennen waren hallo messi kuckuck messi kuckuck messi wo bist du keine angst wer sie da ist er ja wer sie drauf überspringen und augen zu oder augen zu jetzt auf x kuckuck messi kuckuck s gut schild und nicht so toll die weg der wird vielleicht ein bisschen wert sein abstoßen letztes pack voll cao den traurig die ich da weg auf wenn der drauf ist leute wisst du was ich noch ein gold pack auf sondern zwei premium silber packs weil ich habe das gefühl die besser überspringen ach der ist nichts wert das weiß ich der könnte etwas wert sein einfach mal mit neben den saubern ist auch egal die pack ich mal schön ein auch mal was anderes nicht über die langweiligen goldpacks ein bisschen was anderes ja ganz okay die trikots macht mir ein bisschen angst schnell weg so letztes silber pack für heute ich hoffe hat die folge gefallen auch wenn ich die letzte weg und ich geöffnet habe sei jetzt lieber normal ich komme darauf noch später noch mal zu sprechen überspringen die war wieder aussieht nicht verbreitet bilder verliebt das silber cool erst cooler spieler habe ich über dem kann man immer schiffen desto coole trikots fettes trikot leute so sehr gut ist irgendjemand davon irgendwas wert vielleicht keiner nicht so der da war mal dahin das gewahr abstoßen und dann würde ich sagen meine lieben das war mit der folge ich hoffe diese folge hat euch gefallen wenn ja er gibt dabei wieder einen schönen daumen nach oben wenn ein dann tut das nicht und ja servus macht's gut und ciao